Herzlich Willkommen zu iPad4Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jickel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode Ihres iPad4Productivity Podcasts und einem neuen Schwerpunkt in diesem Monat und zwar schauen wir uns wieder einmal das Thema Präsentieren an. Wir werden uns in der ersten Episode nochmal anschauen das Thema Apple TV und das behandeln wir ja regelmäßig immer wieder mal, so wie andere Themen auch, aber das Schöne ist ja mit jeder neuen iOS-Version und teilweise auch mit kleinen Updates gibt es ja wieder Neuigkeiten und seit der letzten Episode ist neu dazugekommen das Thema Apple TV 4K und da werde ich häufig gefragt, für wen ist das denn sinnvoll, für wen ist das nicht sinnvoll, welche Apps gibt es dafür, wie kann man das einbinden, das wird der Schwerpunkt in dieser Episode sein. Und dann werde ich in der nächsten Woche einmal einen kleinen Tipp weitergeben, wie man nämlich trotz HDMI auch noch eine Bluetooth oder eine Kabelbox anschließen kann. Dann schauen wir uns an das Thema Präsi wieder einmal und zwar gibt es Präsi Next als neues erweitertes Präsi und das schauen wir uns einfach mal gemeinsam an, was das kann. Dann schauen wir uns das Tool Animoto an und in der letzten Episode im März, wir haben ja dieses Mal fünf, schauen wir uns mal das Tool Sway an. Also einfach mal verschiedene Tools, die man unter anderem auch mit und auf dem iPad nutzen kann, beziehungsweise beim Thema Apple TV sind wir ja so, dass wir dort nicht jetzt auf iPad, iPhone, iPad sind. Allerdings, es gibt seit iOS 11, ich glaube 1 oder sowas, gibt es eine App, die heißt TV App und die haben viele noch gar nicht entdeckt. Also zum einen, ich habe es vor kurzem gehabt, da hatte ich eine Kollegin ein Stück weit unterstützen können und da sagte sie, Mensch Torsten, meine ganzen gekauften Videos oder geliehenen Videos sind alle weg, diese Video App gibt es nicht mehr. Und die Kollegin war ganz begeistert, als ich gesagt habe, da gibt es eine App, die heißt TV und damit ist es so, da kann man auf dem iPhone oder iPad etwas anfangen zu schauen und dann kann man das auf dem Apple TV beispielsweise fortsetzen. Also es wird gerätegreifend, übergreifend synchronisiert, also auch wenn Sie etwas in der ARD oder ZDF Mediathek beispielsweise sehen, dann wird das, wenn Sie das in der ZDTV App dann aufrufen, dort sogar gespeichert, wo Sie gerade waren, an welcher Stelle und dann können Sie weitergucken. Also das Ganze wirklich sehr, sehr gut. Ja, die Frage vielleicht zunächst einmal, welches Apple TV? Es gibt jetzt die 4K Variante, also die Frage, wer braucht 4K? Was heißt einmal 4K? 4K steht für 4000, ist die im Moment höchst verfügbare Videoauflösung, so für den Privatgebrauch und das hat den Vorteil, dass es einfach sehr, sehr hochauflösend ist. Wann brauchen Sie das Ganze? Sie brauchen das nur dann, wenn Sie einen 4K-fähigen Fernseher haben. Also wenn Sie einen relativ neuen Fernseher haben oder planen, sich einen 4K-fähigen Fernseher zu kaufen, dann ist das eine gute Idee, sich ein Apple TV zu holen. Sonst viele sind ja heute schon mit Full HD, also das ist 1080, ist das dann dort entsprechend schon ausgestattet. Die reichen meistens von der Schärfe. Wir haben gar keinen Fernseher zu Hause, also wir haben Beamer. Also für uns lohnt sich das in der Form entsprechend auch nicht. Also wenn Sie keinen 4K-Fernseher haben, lohnt sich die Vorgängerversion mehr. Die ist immer noch verfügbar und sie ist eine ganze Ecke günstiger. Das Ideale ist, wenn Sie schon durchaus einen 4er nehmen, weil das 4er hat die Möglichkeit, dass Sie zusätzliche Apps installieren können. Das ist hinzugekommen. Wenn Sie das Apple TV nur nutzen wollen, um zu präsentieren, dann können Sie auch mit den noch älteren arbeiten. Aber das 4er hat für mich zwei große Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass Sie dort Apps installieren können. Und der zweite Vorteil, den Sie dabei haben, ist, dass Sie auch direkt am Apple TV Bluetooth Boxen anschließen können. Und das geht, wie wir nächste Woche erleben werden, auch über einen anderen Trick. Auch, aber wenn Sie auch das Apple TV so Standalone nutzen wollen, dann ging das vorher immer nur über einen digitalen Adapter, den Ton abzugreifen, wenn Sie es nicht über HDMI rausgekriegt haben. Und deswegen ist das jetzt über Bluetooth nochmal sehr viel besser, wenn Sie per Bluetooth nochmal Boxen anschließen wollen. Also, das soviel zum Thema Hardware. Ja, zum Präsentieren. Diejenigen, die mich länger schon hören, wissen das. Ich bin ja jemand, der mal sagt, ja, natürlich geht es ratlos, aber Leute, es hakt. Es geht natürlich, das Apple TV können Sie anschließen, weil es Freitag ist wieder bei einem Kunden, der hat es in seinem Besprechungsraum. Und wenn Sie das Ganze angeschlossen haben, wirklich per LAN, also per Netzwerkkabel angeschlossen haben und dann über das gleiche Netzwerk, was dann eben auch ein für das iPad als WLAN dann bereitgestellt wird, reingehen, dann ist das etwas, wo ich sage, okay, das kann man machen. Wenn Sie aber gerade vor allen Dingen unterwegs nicht wissen, ob Sie ein gutes WLAN haben, dann sage ich mal lieber per Kabel. Sie haben auch die Möglichkeit, per Ad-Hoc eine Verbindung aufzubauen. Das ist aber wirklich die absolute Notlösung. Also dann lieber einen WLAN-Hotspot auf Ihrem iPad eröffnen. Oder ich habe von Netgear einen separaten WLAN-Hotspot. Da ist eine SIM-Karte drin. Und auf den kann ich dann darauf zugreifen. Also auch, was man nicht machen sollte, ist auf ein WLAN eines Veranstalters zugreifen, wenn Sie einen Vortrag halten. Denn wenn Sie den Vortrag anhalten, beginnen, gehen erfahrungsgemäß ein paar hundert Leute auf Ihre Webseite und dann wird das WLAN nicht unbedingt schneller. Also deswegen eben dort wirklich per Hotspot auf dem iPad aufmachen oder selbst ein mitnehmen. Alternativ durchaus auch mittlerweile immer mehr verfügbar. Es gibt immer mehr Beamer, die auch Airplay mit integriert haben. Also ich habe mit dem Capsule zum Beispiel so einen ganz kleinen. Der ist wie eine Cola-Dose. Da ist ein Bluetooth-Lautsprecher mit drin. Da ist der Airplay-fähig. Der hat den Nachteil, dass er nicht besonders lichtstark ist. Also man muss schon ein bisschen verdunkeln. Also ich nutze den so nicht unbedingt für große Vorträge, aber manchmal für kleine Workshops und als Backup kann man den wunderbar nutzen und für zu Hause sowieso hervorragend und klasse. Der ist kompakter als eine Bose Soundlink-Mini-Box und hat noch einen Beamer mit drin. Der Bose klingt ein bisschen besser natürlich, aber eben auch. Es gibt auch größere Beamer, wo sie schon Airplay mit integriert haben. Wenn man das wirklich überlegt, drahtlos zu machen, dann ist das durchaus eine Überlegung, das in dieser Form zu machen. Eine Alternative ist Clickshare von Barco. Aber da sage ich auch immer, also Clickshare, das Schönste fand ich neulich, war ich im Novo Hotel im Neuen in der Nähe vom Nürnberger Hauptbahnhof. Und da kam ich und sagte der Kollege ganz stolz, oh, wir haben hier die neuesten Sachen von Clickshare. Und ich sage so, oh, ich make my day. Er sagte, wenn Sie wollen, können Sie aber auch gerne per HDMI und per VGA dran. Also wenn Sie bei sich einen Besprechungsraum ausrüsten, sollten Sie bitte immer idealerweise sogar drei Sachen haben oder vier. Sie sollten vielleicht sogar, wenn Sie wollen, ein Clickshare dort sich einsetzen. Das hat immer den Vorteil, wenn Sie Gesprächspartner haben, die Laptops haben, die keine Software installieren können beispielsweise, dann haben Sie solche kleinen USB-Dongles. Die stopfen Sie einfach rein, drücken auf den Knopf und dann wird dieses Bildschirm übertragen, der Bildschirm. Also das ist wirklich sehr schön. Gut ist aber, wenn man eben parallel dazu immer nochmal VGA und HDMI bereitstellt. Wenn Sie mögen, können Sie auch noch ein Apple TV dranhängen, aber da finde ich dann fast noch die Baku-Lösung die beste, weil durch diese USB-Dongles können Sie draufdrücken und dann geht es los. Wenn Sie sich einen Clickshare holen, holen Sie sich bitte nicht das ganz kleine, sondern mindestens das zweitkleinste Modell, weil damit können Sie nicht nur über die Clickshare-App dann teilen, sondern Sie können auch Airplay machen, also dass Sie drahtlos spiegeln, übertragen. Das ist das, was Sie dort auch mit dem Apple TV ja machen können. Der Unterschied ist, Sie können eben mit dem Apple TV nur ein Gerät direkt drahtlos übertragen. Mit dem Clickshare ab der zweitkleinsten Modell gehen auch zwei. Sonst als Alternative empfehle ich Ihnen die Reflektor-App. Die Reflektor-App kostet so um die 20 Euro und die installieren Sie auf Mac oder PC und dann wird Ihr Mac bzw. Ihr PC vereinfacht gesagt zum Apple TV, also nicht mit den ganzen Mediamöglichkeiten und dem App installieren, aber es wird ein Airplay-Receiver, das heißt damit können Sie drahtlos auf den PC übertragen und in vielen Besprechungsräumen ist sowieso schon ein PC dort am Beamer dran, dann ist das eine gute Lösung. Wenn Sie dann noch sagen, jetzt hätte ich gerne meinen PC drahtlos übertragen, dann gibt es von dem gleichen Anbieter, gibt es AirParrot, also wie der Luftpapagei und mit AirParrot kostet auch so um die 20 Dollar roundabout, können Sie dann einen PC Airplay fähig machen und zwar, dass er ein Airplay-Sender wird. Bei Macs ist es automatisch eingebaut, da haben Sie oben in der Leiste so ein Airplay-Symbol und können dann auf verfügbare Ziele dort praktisch den Bildschirm spiegeln und bei dem Windows-PC können Sie das mit AirParrot nachinstallieren. Sie können diese Geräte auch einbinden in sogenannte Mobile-Device-Management-Systeme, das heißt dann kann man diese Dinger auch zentral konfigurieren, kann sagen, wer darf da drauf, wer darf da nicht drauf, muss ein Kennwort damit eingegeben werden. Diejenigen von mir, die jetzt DATEV-Steuerberater sind oder Volks- und Raiffeisenbanken, die an die Fiducia GHD IT AG angebunden sind, die muss ich leider ein Stück weit enttäuschen. Hier ist es so, dass Sie die Apple-TVs noch nicht über MDM managen können, aber Sie können sie trotzdem einsetzen. Ich habe einige Banken, die die in Besprechungsräumen im Einsatz haben. Ja, dann schauen wir uns einmal die Apps an, die es denn so für das Apple-TV gibt. Da gibt es eine ganze Menge an Apps. Ich gehe mal so die durch, die ich auf meiner Kiste drauf habe und die ich ganz gerne nutze. Und sicherlich, dafür ist das Gerät natürlich am besten geeignet. Das sind erstmal die Medien-Apps. Und hier, und in diesem Fall macht das jetzt auch wenig Sinn. Ich werde sicherlich die Liste der Apps, werde ich auch auf den Shownotes Ihnen hier reinpacken. Links macht erfahrungsgemäß weniger Sinn, aber Sie können sie suchen auf dem Apple-TV und dann finden Sie die auch entsprechend. Aber die Liste der Apps, die ich jetzt hier bespreche, die finden Sie auf alle Fälle, wenn Sie sich unter www.ipad4productivity.com, so wie der Podcast geschrieben wird, also ipad4productivity.com, zum Gratis-Hörerservice dieses Podcast anmelden. Oder Sie schreiben mir einfach eine E-Mail an t.jeckel at jeckelteam.de. Dann kriegen Sie von mir auch gerne meine Liste der Apple-TV-Apps. Ja, welche Apps sind es zum Thema TV? Ich sprach vorhin schon an, die TV-App ist mittlerweile neu dabei. Sollte sie noch nicht erschienen sein, dann gehen Sie in die Einstellungen Ihres Apple-TVs und aktualisieren Sie die Software. Das sollte man sowieso immer aktuell halten. Und dann finden Sie auch die TV-App. Wenn Sie Live-TV schauen wollen, empfehle ich Ihnen auf allen Plattformen Zattu. Zattu ist so, dass Sie die öffentlich-rechtlichen Fernseher gratis schauen können, nur mit einer Anmeldung. Wenn Sie die privaten sehen sollen, dann müssen Sie zahlen. Und es gibt jetzt nochmal optional auch die Möglichkeit, gegen Geld-HD-Auflösung zu sehen von Sendern. Und Sie können sogar aufzeichnen. Früher ging das nur mit Safe-TV, dass Sie dort aufzeichnen können. Das habe ich früher auf dem PC lange Jahre genutzt. Mittlerweile ist das bei Zattu auch integriert. Stichwort On-Demand, also Aufzeichnung oder dann gucken, wann Sie wollen. Die Klassiker sind natürlich Netflix. Netflix finde ich immer ganz gut, weil ich gerne auch Filme im Original sehe. Und da kann man doch die eine oder andere Serie oder den einen oder anderen Film im Englischen gucken. Ich finde, das ist eine deutlich angenehmere Art, eine Sprache zu lernen als über Vokabelkarten. Zu Schulzeiten hätte ich mir das gewünscht. Ja, dann diejenigen von Ihnen, die Amazon Prime haben, also den Dienst, bei dem Sie auch kleine Lieferungen versandkostenfrei und schneller erhalten. Die haben ja auch mit Amazon Prime Video eine Menge an Filmen in der Auswahl. Und ich muss sagen, die wird immer besser. Die ist wirklich klasse. Also Amazon Prime Video gibt es auch noch gar nicht so lange auf dem Apple TV, ist Ende letzten Jahres erst dazugekommen. Das war für mich immer noch der Grund, weshalb ich immer gesagt habe, auch ich habe mehr mit dem Amazon Fire TV eigentlich gearbeitet, weil da war Amazon Prime drauf. Jetzt ist es so, dass die Apple TV-Box, ich sage es jetzt mal, even ist, mit der TV-App ist das Apple TV jetzt ein bisschen weiter vorne. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis muss man durchaus wirklich mal sagen, also wenn man sich so einen Amazon Fire TV Stick anguckt, der kostet 30, 40 Euro. Also ein Zehntel von dem Preis des großen Apple TVs, naja, ein bisschen mehr, sagen wir mal so, ein Fünftel, nee, 20, also ich sage mal, wenn ich jetzt mal gucke, was kostet das Große, kostet 300, 400, das kostet 30, also nicht ganz, ein bisschen teurer ist es schon in Relation, aber deutlich günstiger. Ja, dann, was es aber eben auch gibt, und das gibt es auch auf den Amazon-Plattformen, die meisten Apps, die ich jetzt nenne, gibt es auch fürs Fire TV. Hier sind dann zu nennen im nächsten Step die Mediatheken, also ARD, ZDF, Arte, Tatort und Galileo. Und Stichwort Mediatheken übrigens gibt es eine Webseite, die gibt es leider noch nicht als App, aber als Webseite, die heißt Mediasteak. Also so wie Media und dann das Stück Fleisch, also Mediasteak in einem durchgeschrieben und dann .com. Und wenn Sie auf Mediasteak.com gehen, dann sehen Sie die Filetstücke der Mediatheken. Also ich war da gestern zum Beispiel schon mal drauf, da war als Film drauf das Leben der Andere mit Ulrich Mühe, also manchmal kommen ja wirklich gute Filme im Fernsehen wieder mal. Oder auch Sie können nach Rubriken gucken, nach Dokumentationen beispielsweise, also wirklich sehr, sehr gut. Gibt es leider noch nicht als App, aber dafür ganz gut. Wenn Sie zu Hause einen Server haben und das hört sich immer so hochtechnisch an, das kann auch nur einfach ein PC sein, auf dem die Software Plex drauf läuft, die kriegen Sie sogar gratis, dann können Sie mit der App Plex auf diesen Mediaserver zurückgreifen. Das heißt, Sie haben vielleicht auf Ihrer Festplatte oder vielleicht haben Sie so eine NAS, so Network Attached Storage, dann können Sie dort Plex installieren auf diesem System und können dann mit der Plex App vom Apple TV darauf zugreifen. Also das habe ich mit vielen Videos und Filmen, die ich mir damals über Save TV beispielsweise aufgezeichnet habe. Die habe ich dann entsprechend hier nochmal im Zugriff und kann sie mir dann über Plex dort anschauen. Ja, dann als nächstes Videos, also YouTube, hier empfehle ich immer, ich lebe es immer über vielen, die doch gar kein eigenes YouTube Konto haben. Weshalb sollte man sich ein YouTube Konto anlegen? Selbst wenn Sie keine eigenen Videos hochstellen, hat ein YouTube Konto den großen Vorteil, dass Sie sich dort Playlists anlegen können und eine ist schon standardmäßig dabei, die heißt später ansehen. Das heißt, oft finde ich ein interessantes Video, dann füge ich die zu später ansehen hinzu und dann können Sie auch wie im Apple TV in diese Plays reingehend zum Thema später ansehen und Sie sich dann eben auf dem größeren Fernseher zu Hause beispielsweise anschauen. Oder Sie können auch später natürlich weiter auf dem iPad oder auf dem iPhone schauen. Ja, Vimeo ist die etwas höherwertige Alternative nochmal in Ergänzung zu YouTube. Hier finden Sie auch öfter mal bezahlten Content, also wirklich sehr, sehr gut. Und diejenigen, die Clipfish vermissen, Clipfish heißt jetzt Watchbox, also es heißt etwas anders, ist aber immer noch verfügbar mit sehr guten Filmen. Stichwort Filmen, hier gibt es zwei Apps, die ich empfehlen kann. Das ist einmal kino.de, da sehen Sie, was im Kino aktuell anläuft, welche Filme da sind, auch bei Ihnen in der Nähe. Und Sie können sich die aktuellen Trailer angucken und mit der App Netzkino finden Sie viele Nicht-Mainstream-Filme, die Sie sich komplett angucken können, aber da sind teilweise wirkliche Perlnen auch dabei. Dann gibt es auch die Podcast-App und jetzt sagen Sie, Moment mal Podcast, das höre ich doch eher. Ja, Audio-Podcasts gucke ich mir auch auf dem Apple TV eher nicht an, obwohl man das auch kann, also man kann auch die Musik sich anhören, wenn man es an die Sternanlage beispielsweise angeschlossen hat. Aber interessant ist das für Video-Podcasts. Also es gibt ja durchaus auch viele Video-Podcasts und ich finde, da ist das Apple TV eine sehr, sehr gute Art, sich diese Podcasts anzuschauen. Also auch wieder ein Vorteil gegenüber der Amazon-Box, wo ich mir meines Wissens nicht die normalen Podcasts so angucken kann. Ich freue mich aber auch gerne, wenn das gehen sollte und Sie mir dort einen entsprechenden Kommentar dann gerne nochmal zukommen lassen. Ja, Sie können sich die Fotos angucken, gerade auf dem großen Fernseher macht das natürlich mehr Spaß. Stichwort Bildung. Es gibt Video-to-Brain leider nicht auf dem Apple TV. Was es aber gibt, ist TED, Ideas Worth Spreading, also wo Sie sehr gute Vorträge im 18-Minuten-Format haben. Das finde ich wirklich sehr, sehr klasse. Und Sie haben Udemy. Udemy mittlerweile von LinkedIn gekauft. Auch sehr schöne, nee, das waren die Jungs von Video-to-Brain. Entschuldigung, Lydia und LinkedIn. Udemy, sehr gute Videokurse zu verschiedensten Themen auch mit dabei. Ja, was haben Sie an Nachrichten-Apps? Sie haben an Nachrichten-Apps die Deutsche Welle und die Tagesschau, auch mit den Tagesthemen immer dabei. Wenn die Nachrichten live laufen, können Sie sogar streamen und sonst können Sie eben immer die letzte Tagesschau, die letzten Tagesthemen gucken. Diejenigen, die sagen, Tech-News sind für Sie interessant, dann empfehle ich drei Dinge. Zum einen Mashable, dann TwitOnTV. TwitOnTV, da ist auch iOS Today eine der Shows mit Leo Laporte beispielsweise, Sarah Lane. Also sehr, sehr klasse. Und was es auch noch gibt, ist die Republika. Also hier von der Republika eine der führenden Veranstaltungen zum Thema Netzkultur, Internetmarketing. Hier gibt es immer viele Aufzeichnungen von guten Vorträgen, die man sich dort anschauen kann. Und da gibt es auch eine eigene App dafür. Ja, Radio können Sie auch hören mit der radio.de-App beispielsweise. Und es gibt auch noch so kleine Nettlichkeiten. Also den Ikea-Katalog können Sie sich angucken beispielsweise, wobei ich das fast einfacher finde auf dem iPad, weil man da besser suchen und tippen kann. Und mit Flip Clock TV gibt es noch so eine schöne Uhr. Also wenn Sie Ihr Apple TV als Wanduhr nutzen mögen, dann ist das auch nochmal ganz klasse. Ja, wozu kann man das Apple TV auch nutzen? Sie können das Apple TV auch nutzen zum Sport. Also hier ist zu nennen einmal Streaks Workout. Also Streaks finde ich eine ganz tolle App, die ich auch mit der Apple Watch habe. Da kann man sich immer so notieren, wenn man was erledigt hat. Und Streaks Workout ist die gleiche Firma, aber eine andere App. Da haben Sie wirklich sehr schöne Basis-Workouts, die Sie kombinieren können. Da werden Sie gefragt, welche Übungen machen Ihnen Spaß? Und dann kriegen Sie immer eine individuelle Zusammenstellung von Übungen, die immer sehr schön variieren. Dann Runtastic Results, also Runtastic kennt man mittlerweile und die kannte ich früher immer nur vom Laufen. Die haben mittlerweile aber auch gute Apps für auch eben Full-Body-Workouts ohne Geräte und das Ganze auch mit dem Apple TV. Dann in dieser Runde auch noch Gimondo zu nennen, also auch mit sehr schönen Videos. Wenn Sie zu denen gehören, die im Gegensatz zu mir gerne Yoga machen, gibt es also auch gerne gute Yoga-Apps, die man dazu auch mitverwenden kann. Etwas, was ich sehr innovativ finde für die Triathlon-Kollegen von mir, die auch öfter mal mit dem Fahrrad fahren, es gibt eine App, die heißt Zwift mit Z geschrieben und die können Sie koppeln mit dem Rollentrainer. So, das heißt, dann ist es so, dann koppeln Sie Ihren Rollentrainer und das geht nicht für alle, aber das geht eben für einige Tax-Rollen beispielsweise und noch ein paar modernere. Dann können Sie das koppeln mit Ihrem Rollentrainer, das kostet dann im Monat 15 Euro. Da können Sie dann nicht nur Touren fahren, sondern Sie können auch gegen andere Leute fahren. Also, das ist wirklich nochmal auch eine sehr, wie ich finde, smarte Anwendung dieses Themas Sport. Also, hier, das sind so die Apps, die ich auf meinem Apple TV drauf habe, die ich regelmäßig nutze, die ich wirklich ganz klasse finde. Ergänzend, wie gesagt, das Thema Mediastake, im Moment noch nicht als App, aber so auf dem iPad nutzbar. Und das Ganze können Sie ja per Airplay dann wieder übertragen auf Ihr Apple TV. Also, nicht nur zum Präsentieren, sondern auch zum Fernsehen. Und wenn Sie sagen, ich habe privat noch einen Windows-PC und da will ich auch was auf den Schirm packen, ja, dann installieren Sie sich einfach AirParrot und können dann auch Ihren Windows-PC auf Ihr Apple TV übertragen. Ja, ich hoffe, das war mal ein wieder aktualisierter Rundumblick für das Thema Apple TV, der Ihnen nochmal das Thema näher bringt. Die abschließende Frage ist immer Apple TV oder Fire TV. Das Fire TV können Sie übrigens auch dazu nutzen, um sowohl Android als auch Apple-Geräte zu streamen. Funktioniert auch, also man kann auch datlos übertragen, also das geht genauso. Sie können dort Apps installieren, gibt es mittlerweile auch in der 4K-Variante. Sie kriegen aber teilweise noch das Vorgängermodell für 30 Euro den Stick. Also, wenn Sie sagen, Mensch, ich muss jetzt nicht ganz viele Apps installieren können und mir geht es nur darum, mein Amazon Prime, mein Netflix zu gucken, zwei, drei Apps drauf zu haben. Und dann ist der Fire TV-Stick gerade im privaten Bereich vom Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich besser. Beide haben eine Sprachsteuerung, die vom Amazon-Gerät ist etwas besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Was beim Apple TV noch ein bisschen professioneller ist, wenn Sie es in der Firma einsetzen, ist, Sie haben ein optionales Konferenzraum-Display. Das heißt, wenn Sie es anmachen, kommen dann eben nicht halt die Vorschläge von neuesten Filmen oder eben Apps aus dem Spiel- und Consumer-Bereich, sondern kommt eben ein professionelles Konferenzraum-Display. Auch diese Steuerung mit dem Kennwort und über das Mobile-Device-Management-System, das sind Dinge, die Sie auf dem Apple TV haben. Also, vielleicht könnte man sagen, im Business-Umfeld würde ich eher ein Apple TV empfehlen, im Consumer-Umfeld vielleicht eher ein Amazon-Fire-TV-Stick. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind und wenn Sie die Liste der Apps haben wollen, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an t.jekel at jekelteam.de. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thorsten Jekel. Das war eine weitere Episode von iPad for Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jekel und ich mache Unternehmen mit dem iPad produktiver.